Level Up Durch die Unterteilung des Lernstoffs in Level und durch die Vergabe von Erfahrungspunkten für absolvierte Leistungen wird der Kurs zu einer Herausforderung, die die Studierenden innerhalb eines Semesters meistern sollen. Die Visualisierung des Lernfortschritts kann den Studierenden hierbei motivieren, sich der Lernherausforderung zu stellen. Wenn Sie sich dazu entschließen, das Tool Level Up zu nutzen, sollten Sie ein paar Vorbereitungen treffen. Nach dem Erstellen eines Level Up Blocks gelangen Sie über den Einstellungsbutton zu den Konfigurationen. Levels Bestimmen Sie die Anzahl der Abschnitte und die darin unterteilten Materialien. Stellen Sie sich die Frage, wie viele Level Stufen verwendet werden sollen. Hier bietet sich oft die Anzahl der Moodle Abschnitte, zum Beispiel sortiert nach Themenbereichen, an. Auf diesem Weg lässt sich der Level Aufstieg automatisch mit dem Freischalten des nachfolgenden Moodle Abschnitts verknüpfen. Um die gewünschte Level Anzahl zu generieren, geben Sie die Zahl bei Level Stufen ein. Es gibt die Möglichkeit, die Level Verteilung individuell zu gestalten. Hierzu muss der Algorithmus deaktiviert werden. Sie können unabhängig Erfahrungspunkte definieren. Dadurch sind die Level abhängig von der Zahl der Aufgaben. Speichern Sie die Änderungen. Eine nachträgliche Korrektur ist hierbei stets möglich. Im Bereich Information wird die Anzahl der Level angezeigt. Der Bereich Information wird noch um den Bereich der notwendigen Erfahrungspunkte erweitert. Abzeichen Neben der Unterteilung und Bewertung der Level können Sie auch das Design des Levels bestimmen. Sie können zum Beispiel Level-Abzeichen erstellen und hochladen. Der Dateiname des Bildes muss wie folgt aussehen, Nummer.png, wobei Nummer dem entsprechenden Level entspricht. Einstellungen Die Grundeinstellungen Allgemeines, die Rangliste und der Schutz gegen Betrug. Allgemeines Allgemeines befasst sich mit der Abbildung des Level-Up-Moduls. Die wichtigste Einstellung ist XP-Zuwachs aktivieren. Wenn die Einstellung Nein bei XP-Zuwachs gewählt wird, kann in diesem Kurs niemand Erfahrungspunkte erwerben. Die Einstellung Infoseite aktivieren blendet die Infoseite entweder ein oder aus. Die Einstellung Mitteilung für Levelsteigerung aktiviert die Feedback-Anzeige als Pop-Up-Fenster, wenn ein neues Level erreicht wurde. Rangliste Hier werden die datenschutzrechtlich notwendigen Einstellungen konfiguriert. Die Rangliste bietet die Option, entweder alle oder die jeweils nächstbesseren und schlechteren Teilnehmenden anonym oder mit Identität anzuzeigen. Teilnehmenden wird entweder die Differenz der Erfahrungspunkte oder die Position in der Rangliste angezeigt. Dies dient der Motivationssteigerung. Schutz gegen Betrug. Dieser Bereich konfiguriert die Zugriffsmöglichkeiten auf die Aktivitäten. Mit der Einstellung erforderlicher Zeitabstand zwischen identischen Aktionen soll gewährleistet werden, dass man für die gleichen Aktionen, wie zum Beispiel die Abgabe eines wiederholbaren Testes, keine weiteren Erfahrungspunkte bekommt. Regeln CRUD Grundeinstellungen Es existiert bereits ein Regelblock. Dies sind die Standardregeln von LevelUp im Moodle. Zu erkennen sind vier bewertete Zustände. CRUD umfasst die grundlegenden Datenbank-Operationen Create, Read, Use, Delayed. Es ist möglich für eine bessere Performance die Standardregeln individuell zu überschreiben. Einfache Punkteverteilung Eine mögliche Regel ist die einfache Punkteverteilung. Wenn mindestens eines der Ereignisse eintritt, erhalten teilnehmende Erfahrungspunkte. Diese Regeln lassen sich sehr gut nutzen, um allgemeine Punkte für Aufgaben zu verteilen. Und-Oder-Verknüpfungen Und-Oder-Verknüpfungen bieten die Möglichkeit, eine spezifische Anzahl von Abgaben zu belohnen. Es kann entschieden werden, dass nur eine der beiden Voraussetzungen erfüllt sein muss, oder ob beide zu absolvieren sind. Neben diesen beiden Typen, welche bereits die meisten XP-Zuweisungen abdecken, gibt es noch die Möglichkeit der gezielten Regeln. Die gezielte Regel Teilnehmende bekommen zum Beispiel nur alle Erfahrungspunkte, wenn der Punkt, die Aktivität oder das Material ist, einer gewählten Bedingung entspricht. Der Nutzen kann zum Beispiel das individuelle Freischalten der neuen Kursinhalte sein. Eine individuelle Nutzung der Regeln ist also unumgänglich. Level Nutzen In den Einstellungen sieht das wie folgt aus. Die Erstellung einer Datei auf der Hauptseite erfolgt über Drag & Drop. Sie können aber auch über Inhalte erstellen eine Datei erkreieren. Es erfolgt die Bearbeitung der Datei. Unter Voraussetzungen können Sie Bedienungen hinzufügen. Durch die Einstellung Datum können bestimmte Dokumente erst zu späteren Zeitpunkten freigeschaltet werden. Das Prinzip des Freischaltens von Inhalten lässt sich nicht nur durch einen Zeitpunkt, sondern durch den Levelfortschritt realisieren. Durch das Augensymbol können Objekte vor den Teilnehmenden verborgen werden. Auch hier sind Levelbedingungen möglich. yim zu Bluefortschritt Auf landed néісnahme